Ist es nicht mega kompliziert, diese Flügeltüren in einem Parkhaus zu öffnen? Die Flügeltüren lassen sich entweder mit diesem Knopf oder mit diesem Knopf oben an der Tür schließen. Öffnen kann man sie, indem man auf den Türknopf drückt oder man kann sie über die App öffnen. Sie bleibt dann aber 20 cm vor dem Sprenkler stehen. Und hinten beim Einsteigen muss man sich jetzt leicht ducken, aber wenigstens zerkratzt nicht die Tür.